Wir wissen, dass Wasser wichtig ist für unseren Körper. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel Wasser du jeden Tag brauchst? Weißt du, wie viel Wasser benötigt wurde, um deine Kleidung oder dein Essen herzustellen? Alle Güter haben einen Wasserfußabdruck, der durch die Produktion entsteht. Dein persönlicher Wasserfußabdruck misst also nicht nur das Wasser, das du im Haushalt brauchst, sondern auch das Wasser für die Erzeugung deines Essens, deiner Kleidung, der Energie, die du verbrauchst und alle anderen Produkte. Unser Wasserfußabdruck ist sehr hoch. Durch kluge Entscheidungen können wir unseren Wasserfußabdruck verkleinern und sicherstellen, dass das Wasser auf der Erde gerecht verteilt und nachhaltig verfügbar ist. Entdecke deinen Wasserfußabdruck und eine Menge Tipps zum Wassersparen unter aquapath-project.eu Tschüss. Auf quê? Untertitelung des ZDF, 2020